Wisst ihr, wer der erste Influencer war, den ich kontaktiert habe, nachdem KuhnDV sein erstes Video zu mir gemacht hat? Es war ein Dörfblatt, Max. Weil ich so viel von ihm gehalten habe, dass ich ihn kontaktiert habe und ihm quasi gefragt habe, was ich tun soll. Weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, dass ich plötzlich so viel Hass bekomme. Und mir wurde so klar kommuniziert, du musst es ignorieren, du darfst nicht darauf reagieren, antworte gar nicht drauf, du darfst nichts dazu machen. Und jetzt, ein Jahr später, bringt Max ein Interview beim Spiegel, bei dem er sich über meine destruktive Art beschwert, während ich genau das gemacht habe, was er gesagt hat, was ich machen soll. Fuck Spandau, honestly.